Max Dacosta, Verstoß gegen Strafgesetz 2 2 1 9, heute Haltestelle 34 B. Was ist in der Tasche? Haarpflegeprodukte, hauptsächlich. Das war ein Witz. Hey, hey, hey! Ich bin auf dem Weg zur Arbeit! Danke, Bürger. Nein, ich hab zu danken. Bewährung wird mit sofortiger Wirkung um acht Monate verlängert. Was? Nein, nein, nein. Beschleunigter Puls festgestellt. Möchten Sie eine Tablette? Nein, mir geht es bestens. Danke sehr. Sind Sie sarkastisch und oder beleidigend? Negativ. Willkommen. Ach, guten Tag, bitte. Kriegszellen entfernt. Drei nicht erfasste Schiffe nähern sich dem Luftraum von Elysium. Abschießen. Wie ich sehe, hat sich nichts geendet. Nein, das war nicht meine Schuld. Flaust du noch Autos? Nein. Seit ich raus bin, versuche ich ein normales Leben zu führen. Du warst mal eine Legende. Und jetzt? Schließe 34! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Hey! In fünf Tagen werden Sie sterben. Danke für Ihre Dienste. Auf Elysium kriegen Sie den Scheiß wieder hin. Max, ich denke, ich kann dir helfen, da hochzukommen. Hey, schaff mal die Knochensäge her! Das wird mich nicht umbringen. Was habt ihr mit mir gemacht? Die haben einen Ausweg geschafft. Wer das besitzt, hat die Macht, ihr ganzes System zu überschreiben. Sie ist sehr krank, Max. Wir müssen sie hoch nach Elysium bringen. Du kannst alle retten. Wann kann ich da hin? Aktivieren Sie Kroger. Komm, bleib hinter mir. Dafür werden Sie dich bis ans Ende der Welt jagen. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut. Max, nein! Du kannst alle retten. Wir wollen in den am schärfsten bewachten Ort des ganzen Universums einbrechen. Oh ja.